Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Mineville mit mir Oliver Wilkins 1 und mit dem Lloyd Star 300 XD. Wo stehst du? Ich guck grad ein Schild an. Hammer geil, Schilder. Das hat mich so fasziniert. Hat da jetzt einer was geschrieben? Nein. Die Goldenen sind dieses... Sag mal alle, hi YouTube! Tschö YouTube! The Foll-Wi-Nimmt-Auf. Doppelpunkt. YouPorn. Tschüss YouTube! The Foll-Wi-Nimmt-Auf. Doppelpunkt. Doppelpunkt. Freu Dich Eis. Oh. Freu Dich Eis. Freu Dich Eis. Was? Ich wurde gekickt. Ich wurde gekickt. Von Premium-User. Da muss ich wohl ohne Dich machen. Freu Dich NICHT Dich. Hä, was? Ja gut, dann werde ich meine Aufnahme und dieses Video von mir wird niemals online gehen. Gehst mich nicht ab. So, äh, ja. Also ich hätte zwar eben gesagt, dass das nie auf YouTube hochgeladen wird, aber da ich jetzt doch nochmal auf den Server gekommen bin, irgendwie... Hammergeil, 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 es leben nur noch zwei von jedem Team, die haben sich alle gegenseitig gekillt, die im gleichen Team sind. Und jetzt geht unser Team, die kalt machen. Ah, hier bist du. Ich guck dir grad schön zu. Ja, das ist unser Team, ne? Wir beide. Wir beide gegen die anderen beiden. Vielleicht killen sich die anderen beiden. Oh, Leute. Die haben sich beide gegenseitig getötet. Was sind das denn für Noobies? Okay, ich hab trotzdem jetzt die 2000 geknackt, weil der... Weil ich krieg ja hier, Leute, da seht ihr es, ne? Zehn Kramer for the win. Die werden mir aber erst beim nächsten Spiel überwiesen. Das heißt, ich hab sie die 2000. Mit euch. Ciao. Ja, in dieser Aufnahme... Oh, der Server ist noch was. Ja gut. Ja gut, dann war das jetzt ein sehr kurzes Video. Entschuldigung, aber... Wenn ein Premium-Account darauf joint, ne? Kann man ja nichts tun. Also, jetzt so ein Premium-Five-Travel meinen will. Ja gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.